Der Ostfriesen-Witz gehört zur Gruppe der Witze über Bevölkerungsgruppen, in diesem Fall die im Nordwesten Deutschlands lebenden Ostfriesen. Die Grundstruktur dieser Witze ist in der Regel ein einfaches Frage-Antwort-Schema, bei dem oft nach einer vermeintlichen Eigenart der Ostfriesen gefragt wird und der Humor zumeist auf Kosten der angeblich dummen und oder primitiv nivellosen Ostfriesen geht. Oft werden die Ostfriesen dabei als Bauern oder ländliche Bevölkerung, bevorzugt als dümmliche, einfältige Küstenbewohner beschrieben. Viele Pointen beschreiben ein Scheitern der Ostfriesen dadurch, dass sie eine Redewendung oder ein im übertragenen Sinne benutztes Wort wörtlich nehmen. Gelegentlich kommt auch der umgekehrte Fall vor, in dem die Ostfriesen die Klügeren sind, wobei für die Gegenseite meist eine Bevölkerungsgruppe aus dem südlichen deutschen Sprachraum eingesetzt wird. In der Folge wurden auch von Komikern wie Otto Walkes und Karl Dahl, meist nach völlig freiem Schema, Witze mit oder über Ostfriesen erzählt. In Ostfriesland selbst werden diese Witze zumeist gelassen genommen. Begrüßt und anerkannt wird der positive Effekt der größeren Bekanntheit des relativ kleinen Ostfrieslands durch eben jene Witze, besonders im Hinblick auf die dort wirtschaftlich relativ bedeutende Touristikbranche. Eine moderne Legende ist dagegen, dass die Ostfriesen diese Witze selbst erfunden hätten. Da die Ostfriesen zur Zeit der Entstehung dieser Witze auch oft als Ossis abgekürzt wurden, bis dieser Begriff im Zuge der deutschen Wiedervereinigung auch für Ostdeutsche genutzt wurde, sprach man damals auch von Ossi-Witzen. Beispiele für typische Ostfriesen-Witze Witze im typischen Frage-Antwort-Schema Warum haben Ostfriesen einen Plattenhinterkopf? Weil ihnen beim Was-Ertrinken immer der Klodeckel auf den Kopf fällt. Warum nehmen Ostfriesen einen Stein und eine Schachtel Streichhölzer mit ins Bett? Mit dem Stein werfen sie das Licht aus und mit den Streichhölzern sehen sie nach, ob sie auch wirklich getroffen haben. Warum nehmen Ostfriesen ein Messer mit ans Meer? Um damit in See zu stechen. Warum nehmen ostfriesische Polizisten immer eine Schere zur Verbrecherjagd mit? Um den Gaunern den Weg abzuschneiden. Wie viele Ostfriesen braucht man, um eine Kuh zu melken? 24 4 Leute halten die für Zitzen und 20 Mann heben die Kuh auf und runter. Punkt. Pointe zugunsten der Ostfriesen Was machen die Ostfriesen bei Ebbe? Sie verkaufen Bauland an die Österreicher. Punkt. Weitere Formen der Ostfriesen-Witze Warum gibt es Ebbe und Flut? Als das Meer die Ostfriesen sah, bekam es einen solchen Schreck, dass es flüchtete. Jetzt kommt es zweimal täglich zurück und schaut nach, ob sie noch da sind. Aus dem Bühnenprogramm von Otto Walkes Die Ostfriesen und die Bayern spielen Fußball. Da fährt ein Zug in der Nähe vorbei und pfeift. Die Ostfriesen denken, das Spiel ist zu Ende und gehen nach Hause. Eine halbe Stunde später fällt das erste Tor für die Bayern. Bei dem Ostfriesen-Handstand steht man auf den Handflächen. Füße und Beine bleiben unten. Wohl jedem gelingt mit eventuell gebeugten Knien ein perfekter Handstand. Geschichte des Ostfriesen-Witzes Der Typus des Ostfriesen-Witzes entstand Ende der 1960er Jahre und löste eine der ersten großen, landesweiten Witzewellen in Deutschland aus. Die Entstehungsgeschichte des Ostfriesen-Witzes ist relativ genau bekannt, anders als bei Witzen über andere Bevölkerungsgruppen. Das Gymnasium in Westerstede im Ammerland einer Nachbarregion Ostfrieslands wurde und wird auch von ostfriesischen Schülern besucht. Wie bei vielen anderen benachbarten Regionen gibt es auch zwischen den Bevölkerungen Ostfrieslands und des Ammerlands oft Sticheleien und Neckereien. Auf dem besagten Gymnasium gipfelten diese in den Jahren 1968 und 1969 in einer von dem Schüler Borwin-Bandelo in der Schülerzeitung der Trompeter veröffentlichten Serie namens Aus Forschung und Lehre. In dieser wurde über der sogenannte Homo Ostfriesiensis als unbeholfen und dumm karikiert. Briar Travelling Selbst Ostfriese und Lehrer an diesem Gymnasium veröffentlichte 1993 die Geschichte der Ostfriesen-Witze in Buchform. Auf die Serie in der Schülerzeitung folgte eine Witzewelle, die sich in der Region und in ganz Deutschland schnell verbreitete. Medien wie der Stern oder der Spiegel berichteten über die kuriosen Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen Ostfriesen und Ammerländern und verbreiteten dabei nebenbei die Witze weiter. Diese wurden bald an das Schema der kurz zuvor in den 1960ern in den USA aufgekommenen Polen-Witze angepasst und zahlreiche Varianten, auch von Witzen über andere Bevölkerungsgruppen übernommen. 1971 veröffentlichte der ostfriesische Humorist und Chansonnier Hannes Flesner mehrere Langspielplatten mit den damals neuen Ostfriesen-Witzen. Später bauten unter anderem die beiden aus Ostfriesland stammenden Komiker Otto Walkes und Karl Dahl ihre Karrieren auf den Ostfriesen-Witzen bzw. dem Klischee über die Ostfriesen und ihrem Land auf. Spätere Witzewellen, wie etwa die in den 1980er Jahren über Bundeskanzler Helmut Kohl und über Mantafara oder in den 1990ern über Blondinen übernahmen teilweise, Struktur und Inhalte der Ostfriesen-Witze.